Silvia ist 23 Jahre alt und kommt aus Nordrhein-Westfalen für die Lippenbehandlung. Sie kommt schon ziemlich häufig wegen anderen Behandlungen. Wir haben uns erst letzte Woche gesehen, jetzt aber nochmal zur Lippenbehandlung konkret. Und hier werden wir die Lippe in der Kontur bearbeiten, so dass sie am Ende auch wieder glücklich uns verlassen wird. Wir werden sie wahrscheinlich in 10 Tagen nochmal zur Kontrolle sehen. Die können wir kaum abwarten. Ich denke, sie auch nicht. Und das schöne Ergebnis, was sie jetzt hier bekommt bei der Lippenbehandlung, wird dann auch am Ende für sie sehr positiv enden. Und ich denke, ich freue mich schon, wenn sie uns hier eine Rückmeldung gibt. Ich danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020